auf zu runde 3 kanaten schnell mitgenommen so und der 3 wird wahrscheinlich noch länger gehen wobei die recht schnell gehen hier mit meinem level kann man ja nichts sagen lassen wir die erst mal ein bisschen kommen der menschen hätte ich ja fast noch in den schlossen können die nerven wenn ich ja hier so nimmt er auch schaden hier nimmt eine granate mensch da haben wir auch noch die Welle 1 haben wir aber ja gut dann 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 so dann kommt man hier Oder habt ihr Angst? Was ist denn los mit euch? Und eine 2 am Mauer geschafft. Na, sah ich doch. Da habe ich das doch schon aus der Ferne gesehen. Oh. Ich schaffte es nicht mal zu landen. Du kommst mir hier auch nicht weiter. 2 Runden noch. Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Ah, diese Dinger. Diese Dinger. Sp paranmbare. Ionen lauder. Noch einer. Ah, ein Schildpot. Mein Scherz Schildpot. Yo, yo. So, jetzt haben wir es aber fast. Da noch ein Konflakter. Das ist die letzte Welle. Der ist weg, der ist weg. Und auch das haben wir geschafft. Yeah. Ja. Dafür bin ich gut genug. Ja, ja. Da komme ich. Und die nächste Runde geschafft. Abgeschlossen. Jetzt scheint Preise ausbauen. Ich hasse sie. Tadadadada.